Wir sind ein traditionsbewusstes, nachhaltig und verantwortungsvoll agierendes Familienunternehmen. Wir können engagierten Schulabgängern Ausbildungsplätze in unterschiedlichen Berufen anbieten. Von der klassischen dualen Ausbildung bis hin zum Studium mit Studiengängen an der dualen Hochschule Baden-Württemberg. Am kaufmännischen Beruf macht mir besonders Spaß, dass ich mit Sprachen zu tun habe, also vor allem mit Englisch. Dass ich am Computer arbeiten kann, was mir schon immer Freude bereitet hat. Und dass man natürlich auch auf dem Team arbeitet, wenn es um gewisse Projekte geht. Ausbildungsbegleitend sind unsere Azubis in unserer eigenen Juniorfirma, BGFA GmbH, tätig. Dies gewährleistet eine äußerst praxisnahe und qualifizierte Ausbildung. Ich habe mich schon früh für Elektronik begeistert. Das hat mir mein Vater mitgegeben. Und da habe ich alles Mögliche auseinandergebaut, selber wieder Sachen zusammengebaut. Besonders gefällt mir in der Ausbildung bei Bizarba, dass man in die ganzen Abteilungen rumkommt. Man sieht alles Mögliche, alle Bereiche im Unternehmen. Und man hat immer wieder neue, interessante Aufgaben. Dass sie Spaß an ihrer Arbeit gewinnen, ist uns ebenso wichtig wie die eigenständige Bearbeitung von Projekten sowie das aktive Mitarbeiten in unseren Teams. Also ich habe mich für ein Kombi-Studium entschieden, weil ich Interesse an Elektronik und Technik habe. An meinem Beruf gefällt mir, dass ich viel Technisches und Praktisches mit drin habe. Wir wirken auch in den Abteilungen mit, also sind andere Produkte mittätig. Somit sehe ich täglich das, was passiert und geschieht. Und das macht einen natürlich auch stolz, Bizarba-Produkte herzustellen, die dann später auch auf den Markt kommen. Da sind wir schon stolz drauf. Unsere Azubis lernen im Laufe ihrer Ausbildung alle Abteilungen von Bizarba kennen und können sich so ein Bild von den einzelnen Arbeitsabläufen machen und vielleicht ganz neue Interessengebiete für sich selbst entdecken. Egal ob im kaufmännischen, elektronischen oder technischen Bereich. Bizarba stellt sich auch in Schulen durch eine Ausbildungsbotschafterin vor und erklärt dort die verschiedenen Arbeitsbereiche und Ausbildungsmöglichkeiten. Ich bin Ausbildungsbotschafterin bei Bizarba und suche die ganzen Schulen im Zollern-Albkreis, stelle ihnen meinen Beruf vor, komme auch mit Ausstellungsstücken, was wir hier so machen. Also ich habe mich für den Beruf Elektronikerin entschieden, da wir in der Schule einen Lautsprecher gemacht haben. Und da habe ich das Löten für mich entdeckt und wusste dann gleich, diesen Beruf möchte ich ausüben. Wir wollen Anziehungspunkt für die Besten sein, setzen auf das unternehmerische Denken und Handeln jedes Einzelnen und beteiligen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg. Unsere Erfahrung setzt Maßstäbe. Das macht uns aus. Bizarba